Hallo Leute, wir spielen wieder Skyroos. Ok Leute, ähm, ich komme schon weg. Ich kenne ja hoffentlich nicht. Ein bisschen Essen, so. Ein bisschen so. Und es gibt auch Essen. Oh. Oh. Geile Sachen. Auf jeden Fall. Gut, das ist ein rotes Sprung. Ist mir doch egal. Eine Hose wird. Was hat gleich ein Schuh? Eisen, ja. Das ist mein Brot, ähm, hm. Ein paar mehr Bauplücke wäre auch geil. Ich habe nur Glas. Das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Okay. So. Hm, 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 hm. Das... Okay, das gebe ich mal weg. Oh, das sollte ich nicht mehr haben. So. Hm. Oh. Genau. Ich baume ich mal jetzt. Oh. Da putze ich auch noch ein Rufa. Da würde ich weiter nach oben bauen. Wenn ich mich weiter nach oben baue. Dann könnte er mich nicht so gut holen. Ich weiß, der kämpft da. Ich glaube, ich schaffe es nicht mit dem Blöden. Ich kann auch nichts abbauen. So. Das ist mir nicht so geil. Bitte entdeckt. Bitte entdeckt mich nicht. Bitte. Er kann alles machen, aber mich nur nicht... Okay, der feiert, der feiert. Okay, der Dings ist jetzt gestorben. Detekt... Nein, ich meine nicht Detektiv. Der... Gegner von ihm. So. So. Und er muss mir nicht mehr... Leise sein. Und er kann sich... Und er kann sich noch... Und er kann sich noch... Vielen Dank. Yes, baby. Come to heck. Bam. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So. 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute.